Lützebäuer Einfach und visuell Sich präsentieren Echtvariant Moin Ich heische Pid Wie heischst du? Wir gucken Dwerb heischen Ich heischen Du heischst Hier hat sie heischt Mir heischen Dir heischt Sie heischen Terminieren Terminieren als regelmäßiges All regelmäßiges Wird das Terminieren Wie heischst du? Wie heischst du? Wie heischst du? Du heischst du? Du heischst du? Du heischst du? Du heischst du? Zweitvariant Mein num as Pit Vei as dein num? Mein num as Pit Vei as dein num? Vei as dein num? Mein num as Pit Vei as Ehrennum? Ehren as Formell Form de politesse Dein as informell Mein num as Pit Drettvariant Es sinh de Pit Vei as du? Vei as du? Vei as du? Kein Panik, mamen! Vei as du? Es sinh de Pit Dein artikel as obligatorisch Vei as du? Dirt dir? Vei as du? Form de politesse Es sinh de Pit C'est de Pit Vei as du? Vei as du? Vei as dein abostré? Vei as du? D-apostré? Vei as du? für Fragen. Wir gucken Tverg sind. Ich sind Du bist Hier hat Sie Wir sind Dir sieht Sie sind Echt Variant Wei heischt Dir Formell Wei heischt Du Informell Es heischt Pit Zweit Variant Wei as Ehrenum Formell Wei heischt Dein Num Informell Mein Num As Pit Dret Variant Wir sind Dir Formell Wir Basst Du Informell Es sin Der Pit Oder Es sin Sandra Den As Den Artikel für Männlich Nimm De Apostroph As Den Artikel für Weiblich Nimm Quast Or De Ros Ris As 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 As